Es hat Flügel. Sie haben Fühle. Davon gibt es viele Arten. Es kann fliegen. Sie haben sechs Beine. Oft, wenn man wohl im Wald ist oder auf einer Wiese, dann sitzt es auf einem oben, wenn man dann genau vorhin schaut. Sie leben fast überall. Es ist manchmal auch in der Stadt, nicht nur im Wald und so. Die Lia und ich mögen es nicht, wenn sie auf uns draufkrabbeln. Und es krabbelt oft auf Blumen rum.